Oh Herr, ich bitte dich um Hilfe. Überall sind sie. Schüler in, oh was sei's, oder gar hautengen Klamotten. Selbst jene, welche bis jetzt normale Kleidung trugen. Ich bitte dich, kannst du bitte gute Klamotten auf die Erde schicken? Was ist das? Das ist ein Geschenk des Himmels. Mach schon auf! Es ist das neue Jubiläums-Merch. Was? Das neue Merch? Los, zieh an! Das neue Merch ist da! Das neue Merch! Ja! Das neue Merch! Ja! Das neue Merch! Jetzt seid ihr alle einfach, lässig, gekleidet. Der Herr spricht mit uns. Naja, der Herr dieser Schule. Der Herr dieser Schule. Der Herr dieser Schule.